Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Reverse Rebirth. Weiter geht es hier momentan auf der Insel des Schicksals, wo vielleicht sogar eventuell ein klein wenig Handlung vorhanden sein könnte. Zumindest sah es ja am Anfang so aus, aber nachdem ich dann erstmal hier einen Blick auf die Karte geworfen habe, ja, bin ich dann doch wieder ein bisschen skeptisch geworden, denn wir haben mal wieder nur eine einzige Tür hier, beziehungsweise einen einzigen Storyraum. Und wer weiß, was sich dahinter nur befindet, also wahrscheinlich auch wieder nur der Boss, aber, naja, ich bin da noch nicht so ganz sicher, also vielleicht kriegen wir ja noch was zu sehen, vielleicht aber auch nicht. Das werden wir ja nur herausfinden, wenn ich jetzt erstmal einen Blick hineinwerfe. Gut, die Tür ist ja hier vorne. Und was verlangt sie? Okay, grüne Karte, Mindestwert 7. Und ich kann keine Nullwertkarte reinpacken. Das ist ja blöd. Na gut, ist ja nicht allzu schlimm, ich meine, ich habe ja auch eine normale 7er Karte hier, die könnte ich ja auch benutzen. Und das tue ich auch. Und dann dazu noch die hier. Kairi! Hey Kairi, du etwa auch? Ah, und weg ist er. Ah! Nein! Du wusstest doch, das würde passieren. Du bist doch schon vorher durch viele Welten aus deiner Erinnerung gereist. Und in diesen Welten sind dir nur dunkle Wesen begegnet. In deinem Herzen sind nichts als dunkle Erinnerungen übrig. Alle deine Erinnerungen an deine Heimat sind weg. Jeder einzelne. Das ist gelogen! Ich erinnere mich noch genau an alle hier. Tidus, Selfie und Waka. Und auch an Kairi und Zora. Sie sind meine... Meine... Meine engsten Freunde. Und wer hat diese Freunde links liegen gelassen? Vielleicht hast du ja deine eigenen Taten vergessen. Du zerstörtest deine Heimat! Das ist das Nacht! All of the islands you grew up on were sundered, scattered. Many hearts were forever lost to the darkness. Because of what you did! You hated being an Islander, so you opened the door to darkness and destroyed the islands. It was you! You were pulled into the darkness then, and now you belong to the darkness. You should look. Look at what you truly are! Im Ernst jetzt? Diese Herzlose soll die Dunkelheit von Ricos Herzen verkörpern? Das... Das bin doch nicht wirklich ich! Oh man! Na gut, das sieht ja natürlich ganz interessant aus. Warte mal, ich brauch mal ein bisschen Verstärkung. Das... Komm schon! Und... Nimm das! Okay, ich weiß ja schon, denke ich mal, was ich hier machen kann. Oh, ups! Da hab ich ein bisschen gepennt. Ich wollte ja eigentlich ja, dass er diese Attacke macht. Diese soll allerdings nicht machen. Oh, ups. Mann, ich muss aufpassen. Das lässt du mal schön bleiben, Kumpel. Okay, das kannst du machen. Dagegen hab ich nix. Aua! Aua! So, damit kann ich erstmal ordentlich was anfangen. Vor allem, weil ich da ordentlich Damage mache. Und dann nehm ich erstmal noch das hier mit rein. Oh ja, das funktioniert natürlich auch. Aber erstmal muss ich ja natürlich hier raufkommen. Äh, ja. Wenn das mal lassen würde. Ach. Ja, ein bisschen Damage hat's ja schon gemacht. Nein, nix da. Gut, ich muss erstmal schauen, was für Bewegungen er macht. Okay, das kann er lassen. Oder auch nicht. Ah, Mist. Das sah immer so aus. Aber dann macht er ja eigentlich immer verschiedene Angriffe abwechselnd. Ja. Man sieht's ja. Und geschafft! Naja, das war eigentlich auch relativ einfach. Muss ich eigentlich ja nur seine Bewegungen zunutze machen. Und überlegen, welche Attacken man zulässt und welche nicht. Oh, kein Level ab. So, schade dann eben nicht. Aber immerhin, wir bekommen die Schattenbornkarte. Was zum Teufel macht Sora jetzt auf einmal hier? Also nach dem, was ich ja in der Handlung momentan mitbekommen habe, hat Sora Maluxia eigentlich schon längst besiegt und müsste inzwischen in der Kapsel schlafen. Also warum steht er hier? Oder ist er eigentlich auch nur ein Abbild von Rikus Erinnerungen? Das könnte natürlich sein. Aber zuerst einmal gucke ich mal, was hinter dieser Tür ist. Denn ich schätze mal, Sora wird ja die Handlung fortführen. Und da will ich ja jetzt eigentlich keinen großen Fehler je machen. Ja, und was sagt man dazu? Tatsache, ich bin jetzt hier wieder auf der Insel und hier bei dem Gang. Na, passt ja. Dann kann ich ja wenigstens erstmal hier speichern gehen. Beziehungsweise mich erstmal heilen. Also speichern wird ja hoffentlich erstmal hier nicht nötig sein. Und weiter geht's. Erstmal wieder hier zurück. Und dann wieder durch die Tür hier durch. Und jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt hier auf mich wartet. Sohra, es ist mir. Oh, was? Stopp' es, Sora. Sohra? Don't you recognize me? Yeah, I recognize you. I can see exactly what you've become. How can the light hurt you? Riku, have you really become a creature of the dark? You're not Riku anymore. You're just a pawn of the darkness. Sohra, it's time for you to face the light. I'm fading. Fading. Fading away. Into the light. You won't fade. You can't fade. There's no power that can defeat you. Not the light. Not the dark. So don't run from the light. And don't fear the darkness. Because both will make you stronger. Make me stronger? Darkness, too? Yeah. Strength, that's yours. The darkness inside your heart. It's vast and it's deep. But if you can, truly stare into it and never try to look away. You won't be afraid of anything again. All this time I've tried to push the darkness away. You've got to just remember to be brave. Know that the darkness is there and don't give in. If you do that, you will gain strength. The kind that's unlike any other. You'll be able to escape the deepest darkness. And I'll be able to see through the brightest light. Follow the darkness. It'll show you the way to your friends. Can I face them? You don't want to? You know I do. Of course. And I will. With my strength. My dark strength. Darkness! IMPOSSIBLE! How is it that you found me when you were there in the light? You reek of darkness. Even the light can't block the smell. I guess I follow the darkness right to you. This is absurd. Then I shall make you see that your hopes are nothing. Nothing but a mere illusion. But inzwischen has Riku erkannt, that the darkness is nothing before he's afraid. Inzwischen is the darkness and now he's a powerful partner. The darkness is a powerful partner. The darkness is a powerful partner. Okay, and then let's move on. Let's make a duel with the Sinistra Bomber of the Moor. Nimm that! Oh, Vorsicht, ich muss hier raus. Ich muss da raus. Ich muss da raus. Ich muss da raus. Sieht's wohl so aus. Ah, Rauchwirbel? Nee, ich werde meine Kräfte nicht mit dir teilen. Wenn du Dunkelheit willst, dann such dir deine eigene. Okay, komm schon. Zeig, was du kannst. Okay, komm schon. Mach irgendeinen Zug. Okay, das macht schon mal ordentlich Damage. Meine Erinnerung kickst du nicht. So, ich brauche schnell Miki. Okay, ich muss hier ein bisschen drauf achten, obwohl er hat jetzt gerade nichts ständiges auf der Hand. Okay, ich krieg dich. Jetzt bist du fällig. Oder auch nicht. Okay, dann machen wir das mal eben so. So, schnell. Ich muss schnell handeln. Und los geht's. Sinistra Bombardement. Ah, gut, er war zu weit weg. Blöd. Aber das hat nicht gereicht. Das ist dein Ende. Boah. Gut, mit nur einer einzigen Notwertkarte ist beendet. Nicht schlecht. Und ein Level-Up gibt es dafür sogar auch noch. Und natürlich als gründenden Abschluss die Sexion-Karte. Bin ich ja mal gespannt, was die so kann. Gut, okay. Und als Bonus, ja, jetzt da es ja wieder verfügbar ist, nehme ich ja natürlich hier die Angriffskraft. Das haben wir uns ja natürlich auch redlich verdient. Ja. Nachdem all your protests, you're still like us on the side of darkness. I know who I am. When did that happen? You were always terrified of the dark before. Not anymore. Tja, jetzt bin ich ja nur mal gespannt, was Ansem dazu sagen wird. Rico hat jetzt nur die Dunkelheit in seinem Herzen akzeptiert und nutzt sie jetzt sogar eigentlich ja mit Bedacht. Naja, im Grunde haben wir das ja schon die ganze Zeit getan, indem ich ja ständig hier im Sinistra-Modus gekämpft habe, aber jetzt offiziell eben halt storytechnisch hat jetzt auch Rico selbst die Dunkelheit akzeptiert. Aber ich denke mal, er wird sich trotzdem nicht die einfach so beugen. Tja, bleibt eben halt nur abzuwarten, wie sich das jetzt entwickelt. Gut, äh, ich bin jetzt hier doch richtig, oder? Ja, bin ich. Hier geht's nach draußen. Okay, und ich hab jetzt noch so ungefähr vier Minuten für den Part, also jetzt hätte ich mal nicht gedacht, dass ich jetzt erstmal hier so viel Story jetzt dafür in Anspruch nehmen müsste. Also da muss ich schon mal sagen, gar nicht schlecht. Da werde ich jetzt wahrscheinlich so ein bisschen Überlänge machen müssen, vor allem weil ich ja jetzt dann auch gleich in die nächste Welt rein will. Aber mal schauen, wie ich das jetzt anstellen will. Gut, und weiter geht's. What is he? No one's ever won the darkness the way that he does. It's impossible. Oh, yes. The replica, of course. We can use this Riku to defeat the real one. Axel? Wouldn't you like to be real? All you need is the kind of power that the real Riku doesn't have. If you can get that, you can be a new person, not Riku, nor anybody else. You won't just be a copy of someone, you will be unique, your own self. Axel, Axel, what are you saying to him? You know, he's as good a place to start as any. You can't do this! So sorry, Zexion. You just found out way too much. Riku. I know you can feel it. The grip that I have on your heart. You have led in the darkness, Riku. That means very soon your heart shall become an all-consuming darkness. I'm not like that now. Yes, you are. Can't move. the deeper the darkness runs inside you, the stronger I become. Controlling you is effortless. must you interfere again? Yeah. Ooh, sure glad I made it in time. That ought to keep handsome busy for a while. Huh? Sorry, I couldn't come here sooner, Riku. Your majesty, is it you? Uh-huh. Whoa, that tickles. This time, you're not an illusion. I'm so glad that you can make it here. I made a promise to you that I would find a way, didn't I? Oh. I'm okay. Don't worry. Guess I'm just relieved. I've, I've been alone so long. And having someone else around is, it's a little overwhelming. But, uh, how did you make it here? I thought it was too far. I found a card to help me. I needed a way out of the realm of darkness. And then suddenly, this card appeared right in front of me. When I picked it up, I could see your heart beyond the darkness. That's what let me find you. I guess the card thought its place was to be with you. Maybe you were right. Twilight Town. Tja. So viel also dazu. Tja. Was sagt man also dazu? Tatsächlich hat das König Mickey endlich bis hierher ins Schloss des Entfallenes geschafft. Tja, und Rico ist natürlich jetzt endlich mal froh, dass er jetzt hier jemanden um sich hat. Nachdem er ja so lange alleine durch das gesamte Schloss umhergeirrt ist. Die Macht des Lichts müsste Hans im Einweilchen im Zaum halten. Ach, das hört sich doch schon mal ganz gut an. Tja, wir sind ja jetzt hier eigentlich im zweiten Kellergeschoss. Und ja, unser nächstes Ziel wird ja eben nur mal, wie gesagt, Twilight Town sein. Ja, und ich bin eigentlich ja schon ein bisschen... Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich das so anstellen soll. Es könnte eigentlich ja sogar gut sein, dass ich mich jetzt sogar im nächsten Part sogar einfach mal jetzt einfach mal so komplett da durchkämpfen werde. Also zumindest bis zum Storyraum hin. Aber ich denke mal, das, Freunde, erfahren wir alles in der nächsten Folge. Also dann, Freunde, wieder mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!